Auch wenn mehr als 1000 Passagen geschwärzt wurden, zeigen die vom Online-Medium multipolar freigeklagten RKI-Protokolle ein klares Bild. Covid-19 war und ist nicht gefährlicher als die Grippe. Die Einstufung als Pandemie wurde auf Drängen eines einzelnen, offenbar externen Akteurs durchgesetzt. Es gab keine Evidenz für eine Maskenpflicht, nicht einmal für FFP2-Masken. Und es war bekannt, dass Lockdowns gefährlicher sind als Corona selbst. Was bedeutet das nun? War die Pandemie in Wirklichkeit nur eine Plandemie, wie es viele Kritiker der Corona-Maßnahmen schon lange betonen? Und welche Auswirkungen haben die Protokolle des Robert-Koch-Instituts auf Österreich? Darüber sprechen wir jetzt Klartext mit der Grazer Ärztin Dr. Maria Hopner-Mock. Und es freut mich ganz besonders, dich, liebe Maria, heute bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Dankeschön für die Einladung. Maria, wir wollen jetzt diese freigeklagten Protokolle des Robert-Koch-Instituts, das ja in den letzten Jahren das wesentliche Organ der deutschen Bundesregierung, aber auch darüber hinaus war, besprechen. Es sind ja wirklich brisante Files mit politischer Sprengkraft. Zuvor würde ich mich aber einmal interessieren, als diese freigeklagten Protokolle jetzt vom Multipolar öffentlich wurden. Du hast ja mit Sicherheit gleich einmal durchforstet und dir angesehen, was da drinnen steht. Was war denn deine erste Einschätzung? Also erstens einmal ist mir an vielen Passagen die Kinnlade offen stehen geblieben. An der anderen Stelle muss ich sagen, dass es über 2000 Seiten sind. Was es erleichtert ist, dass da sehr viel geschwärzt ist. Was aber nicht heißt, dass das gut ist. Das Ganze wird jetzt auch noch in einem weiteren Verfahren hoffentlich herausgeklagt, dass es entschwärzt werden muss. Ich habe gehört, Anfang Mai ist hier noch einmal eine Verhandlung angesetzt, wo eben Multipolar-Magazin, vertreten durch Paul Schreyer, im Gericht sein wird mit den Vertretern für das Robert-Koch-Institut in Deutschland. Ein großes Danke gilt eben ganz vielen aus der Szene, die man kennt. Das sind Ärzte, Wissenschaftler, das sind auch viele investigative Journalisten, die sich allesamt über diese Files jetzt hergemacht haben und sehr viel eben auch für die Bewegung zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, der eine referenziert dann auf den anderen, weil der entdeckt wieder diese Stelle oder die andere Stelle und das ist einfach sehr spannend und man sieht, wir haben auch hier einige Unterlagen vor uns ausgebreitet. Wir haben auch gesagt, es kommt uns heute ein bisschen vor wie so eine Sportberichterstattung. Ich selber habe American Football gespielt und dann hat es immer sozusagen in der Halbzeit dann so diese Analyse gegeben durch Leute, die sich da genau befasst haben und so sehe ich das heute auch. Wir sitzen da, wir haben unfassbare Äußerungen, die wir heute auch den Zuschauern sagen möchten. Und denen wird wahrscheinlich, wenn sie es so noch nicht gehört haben, auch die Kindlade offen stehen bleiben. Wir haben ja eine super Zusammenfassung der RKI-Files, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt gleich starten, viele Menschen haben mit dem C-Thema abgeschlossen. Viele wollen gar nichts mehr wissen, auch nicht von irgendwelchen Konsequenzen für irgendwelche Personen reden, die möglicherweise hier Maßnahmen ergriffen haben, die im Nachhinein sich als vollkommen falsch herausgestellt haben. Wie können wir diese Personen erreichen in weiterer Folge? Also ich glaube, diese RKI-Files jetzt schon so noch mit diesen Schwärzungen haben politische Sprengkraft. Das muss man ganz klar sagen. Auch für Österreich, deiner Meinung nach? Ich sage auch für Österreich, weil wir haben oft geschaut auf den großen Bruder Deutschland. Es ist auch jetzt in Österreich so, dass es natürlich die Corona-Files gibt. Hier sind Teilveröffentlichungen erfolgt. Ich glaube, die wirklich brisanten Files, die sind nicht veröffentlicht, noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, hier wird sich aus der nationalen Politik eine Gruppe finden, die sich definitiv dieser Sache annimmt. Und da bin ich auch froh drüber. Aber was es jetzt bedeutet für Deutschland, das sieht einfach auch die österreichische Bevölkerung, was passiert, wenn ein Institut wie das Robert-Koch-Institut, und das müssen die Menschen verstehen, eben der Politik weisungsgebunden ist, dem Bundesministerium für Gesundheit, dem BMG in Deutschland weisungsgebunden ist. Das heißt, jeder denkt sich immer, Wissenschaftler haben hier Empfehlungen aufgrund von starker Evidenz, also starker Grundlage gebracht. Und dann werden die Politiker sozusagen mit diesen Informationen natürlich die besten Entscheidungen für die Bevölkerung treffen. Und es hat sich hier aber gezeigt, auch aufgrund der chronologischen Abläufe, wann haben Politiker getagt, wann hat dann der RKI-Krisenstab getagt und wann wurden dann diese Maßnahmen sozusagen, es ist auch das Wort von hochskaliert, das Risiko hochskaliert worden, da sieht man einfach Politik zuerst, RKI-Tagung dann, und dann auf einmal sozusagen laut RKI-Institut muss es jetzt so und so sein. Und hier ist einfach eine Brisanz in diesen Files, wo man wirklich merkt, dass dieses Team des Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts hat hier intern im Grunde so kommuniziert, wie das viele Wissenschaftler und Ärzte aus unserer Bewegung getan haben. Und nach außen hin aber etwas Konträres dann über diese Empfehlungen der Bevölkerung ausrichten lassen. An dieser Stelle sei auch gesagt, die Files, die uns jetzt da beschäftigen, in dieser Zeit war Gesundheitsminister in Deutschland Jens Spahn von der CSU-CDU. So viel zur Information vorweg. Und du hast es ja eingangs schon angesprochen, das RKI ist weisungsgebunden, sprich der Chef quasi war Jens Spahn beziehungsweise die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Könnten diese zwei Personen möglicherweise diese Person X sein, die geschwärzt wurden? Was glaubst du? Da möchte ich keine Mutmaßungen treffen, weil ich warte wirklich darauf, bis diese Person dann bekannt gemacht wird. Aber es muss definitiv eine Person sein, die einen hohen Rang hat in dem Politikgeschehen. Und bin schon gespannt, welcher Name es dann wirklich sein wird am Ende. Was ich dazu sagen möchte, was auch so brisant ist, ist, dass einfach nicht nur das RKI, das Robert-Koch-Institut, dort jetzt weisungsgebunden ist, sondern, und das ist jetzt die Ableitung daraus, dass zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht sich ja dann in Gerichtsverhandlungen, und da nehmen wir als Beispiel Verhandlungen mit Menschen, die eben sich gegen das Tragen der Maske gewehrt haben, sich immer dann sozusagen auf die Daten und auf die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut berufen haben. Und jetzt diese Files entziehen dem Ganzen völlig den Evidenzboden. Und da muss es ganz viel Aufarbeitung geben in den nächsten Jahren, dass hier abgeschlossene Verfahren rückabgewickelt werden. Auch in Bezug auf Österreich gehe ich immer davon aus, weil wir wissen ja, Bundeskanzler Karl Nehmer hat ja quasi eine Aufarbeitung bereits vorgestellt, kurz vor Weihnachten, wir berichten jetzt regelmäßig, aber diese Aufarbeitung kann man quasi in die Tonne werfen und von Null noch einmal starten, denke ich. Also das sind leere Worte, leerer als leer. Und das, was ich auch dazu fügen möchte, genau eben diese Evidenz, dass es zum Beispiel nichts gebracht hat, die Masken zu tragen während dieser Pandemie, ja, dieser sogenannten, ist für Deutschland gleich wie für Österreich. Also egal, ob es jetzt die RKI-Files sind oder ob es jetzt Corona-Files aus Österreich sind, wenn aus diesen Daten klar ersichtlich ist, dieses interne Gerede im Krisenstab, ja, ist nicht das, was der Bevölkerung aufgetragen wurde, das gilt ja dann bitte auch für Österreich. Intern unter den Experten dort hat man gesagt, naja, bringen tut es eigentlich nichts, ist eigentlich sogar genauer anzuleiten, die Bevölkerung, wie man denn so eine Maske trägt und da muss man schon sagen, das gilt hüben wie drüben in Österreich und in Deutschland gleichermaßen. Ja, da haben ja die Mainstream-Medien brav gearbeitet in der Vergangenheit. Vierte Gewalt waren sie in den letzten vier Jahren nicht, das muss man ganz gerne dazusagen. Aber eines noch, bevor wir uns jetzt gleich näher damit beschäftigen mit dem Files, die ARD hat meiner Meinung nach auch wieder den Vogel abgeschossen. Sie haben quasi getitelt, der Skandal, der keiner ist. Also Sie spielen wieder brav mit. Was sagst du zu dieser Headline quasi? Ja, da muss ich sagen, ich habe jetzt auch das Glück gehabt, dass ich einerseits mit dem Paul Schreyer am 2. April telefoniert habe, aber auch mit dem Dr. Stefan Homburg. Und auch Paul Schreyer ist auch begeistert von der Interpretation und von den Videos, die auch der Dr. Homburg zu diesen ganzen RKI-Files macht. Und ich habe hier wirklich eine sehr gute Zusammenfassung vom Dr. Homburg gehört. Was passiert jetzt in den Medien? Und da gibt's jetzt drei Begriffe und die hat auch er aus dem Englischen genommen. Diese Begriffe sind vielen zu sehr dann sehr wohl bekannt, zum Beispiel Framing. Das heißt, was machen jetzt die Mainstream-Medien? Sie bedienen sich dreier Maßnahmen. Das eine ist Framing. Das heißt, das Gesagte wird entwertet, indem die Person, die es sagt, entwertet wird. Das ist der eine Aspekt. Das bedeutet, es wird gleich einmal im ersten Satz im Mainstream-Medium gesagt, Multipolar-Magazin ist ein rechtes Magazin. Das ist sozusagen die erste Geschichte dazu. Dann gibt's ein sogenanntes Red-Harring-Phänomen. Das ist, es wird ein Scheinproblem hier auch aufgelistet. Und was auch sehr interessant ist, der Begriff des Derailings. Das heißt, es wird vom Kernpunkt abgelenkt. Und das sind eben solche Maßausnahmen oder solcher Mechanismen, derer sich die Mainstream-Medien bedienen, habe ich das Framing hier als erstes und wichtigstes genannt, um eben das Ganze lächerlich zu machen und eben nicht in dieser Sprengkraft wachsen zu lassen. Gut, wir sagen auch in unseren Nachrichten, es sind die umstrittenen Mainstream-Medien wie ARD, ZDF. Also wir benutzen halt dann umgekehrt das Framing gegen Sie. Sei einmal dahingestellt. Maria, dann würde ich sagen, starten wir quasi, blicken wir direkt in die Zusammenfassung der RKI-Files. Wo würdest du sagen, müssen wir beginnen? Was müssen die Zuschauer jetzt sofort wissen? Also, was sie auf jeden Fall einmal wissen sollten, weil wir das am Anfang der Sendung gesagt haben. Also es gab am 16.03. eine neue Risikobewertung und da wurde, Zitat, es muss jetzt das Risiko hochskaliert, hochskaliert ist das Wort, das ich zitiere, werden. Und zwar, sobald X ein Signal dafür gibt. Und hier wurde das Risiko, das vorher als niedrig bis mäßig vom Robert-Koch-Institut auch kommuniziert wurde in eben Pressekonferenzen, auf ein hohes Risiko hinaufgestuft, hinaufskaliert. Und man muss dazu sagen, man darf nicht vergessen, was in dieser Zeit geschehen ist. Da waren nicht nur Schulen geschlossen, da wurden auch Kirchen geschlossen, da war ein Demonstrationsverbot ausgesprochen worden. Wir wissen, das ist unser Recht, dass wir demonstrieren gehen dürfen. Ja, es waren auch Überlegungen im österreichischen Lockdown, Lockdown für Ungeimpfte. Ja, dürfen wir denn eigentlich demonstrieren gehen? Ja, ja und wieder ja und wir haben es auch getan zum Glück. Aber man muss sich vorstellen, das waren dann auch Dinge, die sich aus diesem hohen Risiko abgeleitet haben. Also allein, dass es hier ein, jetzt kommt das Signal von Mr. oder Mrs. X und dann wird es hochskaliert, finde ich schon spannend, dass das dann auch so da drin steht. Obwohl anscheinend dieser Krisenstab zuvor mit der genauen Betrachtung der Lage auch gemeint hat, SARS-CoV-2 als Erreger für die Covid-19-Infektionen ist jetzt nicht unbedingt gefährlicher als die Grippe. Und da gibt es eben auch sehr, sehr interessante Zitate, auf die ich jetzt auch gleich kommen werde. Das ist dann nämlich allerdings von einem Jahr später, vom März 21. Nur ich glaube zusammengefasst, dass die Leute auch wissen, was eigentlich für Punkte in oder aus diesen Files sich herauslesen lassen, wenn man es jetzt wirklich durchgeht. Das ist, dass eben SARS-CoV-2, Covid-19, diese Erkrankung ist nicht so gefährlich, wie sie dargestellt wurde. Ja. Und ich sage jetzt selber, die Grippe wird nicht jetzt von uns hier als Vergleich gebracht, sondern in den RKI-Files. Ja, das werden wir gleich zitieren. Das muss man auch immer wieder betonen. Wir zitieren aus dem Robert-Koch-Institut-Protokoll. Hier eine Analyse, so ist es. Und wir haben dann als nächsten Punkt, dass die Lockdowns, das wussten die Krisenstabsleute, gefährlicher waren als eben auch die Erkrankung. Also diese Maßnahme des Lockdowns hat sich als viel gefährlicher herausgestellt mit den Folgen, die passiert sind daraus. Wussten Sie das schon, war das nach dem ersten Lockdown oder war das vor dem ersten Lockdown? Also die Lockdown-Analyse hat sich dann in dieser Lockdown-Zeit im Krisenstab ergeben und dann haben sie eben auch mehr andere Länder im Vergleich herangezogen und da gibt es ganz konkrete Beispiele, auf die wir dann auch gleich eingehen werden. Aber nichtsdestotrotz wurden weitere Lockdowns quasi beschlossen. Genau. Es war intern bewusst, dass es nicht sinnvoll ist und gefährlich ist und es wurden weitere beschlossen. Genau so ist es. Und als dritter Punkt ist unbedingt zu nennen, dass die Masken und das Maskentragen wirklich nicht sicher und auch gefährlich waren, besonders wenn es um das Tragen der Masken durch Kinder ging. Und dann gibt es noch einen Punkt und der ist auch ein ganz wichtiger. Wir wissen, es gibt viele, die haben gewarnt vor diesen neuartigen Mod-MRNA-Injektionen, wie Professor Dr. Dr. Hadic sagt, die Speikstoffe. Wir wollen sie bewusst nicht Impfung nennen. Und die sind einfach nicht nebenwirkungsfrei und nicht sicher und effektiv. Und auch das geht aus den Protokollen hervor. Und jetzt zu diesen vier Punkten. Ich denke, wenn wir jetzt kurz auf den Lockdown eingehen, kurz auf Äußerungen im Vergleich zur Grippe bei dieser Erkrankung und dann auch noch Äußerungen zu dieser Impfung, zur sogenannten. Spannend ist, dass es sich sehr gut anhand der Masken darstellen lässt, die Chronologie des Schreckens, wie wir das auch jetzt schon bezeichnet haben, weil man einfach ganz toll sieht, wie hat sich das jetzt entwickelt? Was wussten die intern? Was wurde der Bevölkerung erzählt? Was wussten die intern? Was wurde der Bevölkerung erzählt? Das hat sich dann so schön dargelegt in dem Studium dieser Protokolle. Die Masken, hast du es gerade angesprochen, die Masken waren ja quasi das Bild der Pandemie. Hätte es die Masken nicht gegeben, hätten wir, glaube ich, alle nicht bemerkt, dass wir eine Pandemie haben. Kann man wirklich so auf den Punkt bringen, die Masken haben die Menschen im Alltag daran erinnert, oh mein Gott, diese tödliche Infektionskrankheit könnte jeden von uns jederzeit erschlagen. Ungefähr so. Das ist dieses Damoklesschwert, das über der Weltbevölkerung geschwebt ist, permanent durch diese Symbolik der Maske. Aber nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor Menschen, die Maske tragen. Ich sehe immer wieder noch, gerade auch ältere Menschen, die alleine beispielsweise im Auto sitzen oder spazieren gehen im Park, die Maske tragen. Und sie sagen halt dann, naja, es sind ja die Aerosole, weil wenn ich nieße, dann schütze ich ja andere. Was sagst du dazu? Also dazu hat man schon sehr früh auch von Medizinern gehört. Auch der verstorbene Professor Arne Burkert hat schon 2021 The Devil in Disguise, eine Analyse zu den Masken während der Covid-19-Pandemie. Das war x Seiten lange Analyse zu dem Maskentragen herausgebracht. Schon früh 2021 ein sehr kompaktes Kompendium, wo man auch sehr gut lesen konnte, dass es hier nur Nachteile gibt. Und um es kurz zu machen, wenn man sich vorstellt, einen Maschendrahtzaun, dann wäre SARS-CoV-2 in der Relation zum Maschendrahtzaun eine kleine Fliege oder Mücke. Also besser noch eine Mücke. Und ungefähr so kann man sich dann die Sinnhaftigkeit vorstellen. Und das gilt aber bitte nicht nur bei einem Mund-Nasen-Schutz, der schlecht sitzt, sondern das gilt dann auch für FFP2-Masken. Und natürlich jetzt unabhängig davon, dass es da noch eigene Einschulungen geben müsste für die Träger, gibt es einfach Risiken bei schmutziger, verschmutzter Maske, beim immer wieder einstecken, herausholen, beziehungsweise einfach auch ganz klipp und klar bei dieser wirklich, wenn man es zu lang trägt, durchfeuchteten Maske Nährboden für Bakterien und Pilze. Und das ist einfach nicht gesund. Und natürlich die Rückatmung des CO2. Absolut. Und noch einmal für die Zuschauer, die es nicht glauben wollen, Aerosole spielen keine signifikante Rolle. Das steht auch in den RKI-Protokollen so drinnen. Also das sagt nicht irgendein Schwurbler, das sagt das Robert-Koch-Institut. Und eines noch zu den Masken. Also man kann auch wirklich dazu sagen, die Maske zu tragen war gefährlicher, glaube ich, als sie nicht zu tragen. Also definitiv gefährlicher, als sie nicht zu tragen. Weil wir wissen ja alle, viele haben die Maske beim Auto, zum Beispiel beim Spiegel aufgehemmt oder wie du gerade gesagt hast, eingesteckt etc. Mehrmals hineingenießt etc. Und vielleicht können wir diesbezüglich auch gleich das Protokoll der Polizeigewerkschaft in Bayern dementsprechend erläutern, wo eine Klarstellung am 14.12.2020 bereits ausgegeben wurde, Einsatz von FFP2-Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Und es hat ja immer geheißen, auch in der Schule, die Kinder mussten die Masken quasi den ganzen Tag oben haben. Es gab da kaum Pausen. Und die Polizei schreibt aber selber Tagedauern vor. 45 Minuten, 30 Minuten, Erholungspause etc. Was sagst du dazu? Und vor allem, dass das auch schon am 14.12.2020 ausgegeben worden ist. Das Witzige ist ja auch bei, also witzig im Sinne von, das ist ja auch das Eigenartige bei der ganzen Geschichte. Also man muss sich vorstellen, das ist jetzt auch nicht irgendein Schreiben, das ist die Gewerkschaft der Polizei, in dem Fall Landesbezirk Bayern. Und wenn man sich jetzt hier das jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lässt, in der aktuellen Situation werden offenbar in ganz Bayern oftmals nach vorheriger Rücksprache mit den zuständigen Gesundheitsämtern Anordnungen und Weisungen zum Tragen von FFP2-Masken getroffen. Was dabei leider oftmals nicht beachtet wird, sind die dazu bestehenden Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die das Tragen dieser Masken betreffen. Diese Regelungen werden in Deutschland durch die Berufsgenossenschaften als Träger der gesetzlichen und jetzt kommen wir Unfallversicherung nach Paragraf usw. erlassen. Konkretisiert wird das Arbeitsschutzrecht in der DGUV-Regel usw., welche den Mindeststandard beim Tragen von FFP2-Masken wie folgt definiert. Da geht es um die 75 Minuten Tragedauer, 30 Minuten Erholungspause. Einsätze pro Schicht, fünf möglich, dadurch Schichten pro Woche. Und so geht das dahin. Und jetzt muss man sich vorstellen, eigentlich braucht jede FFP2-Maske, wenn sie getragen wird, da braucht es eine Einschulung für den Maskenträger. Eigentlich. Hat es nie gegeben. Und was ich so schlimm finde, eigentlich, das ist ein arges Wort, aber eigentlich waren auch erst ab 14 FFP2-Masken in den Schulen dann vorgesehen. Und es hat diese überängstlichen, übermotivierten, überstrebsamen Eltern gegeben, die schon sechsjährigen Kinder FFP2-Masken in Kindergröße auf Amazon bestellt, in bunten Farben eingefärbt mit chemischen Parkstoffen, weil es toll ist, weil es schön ist, ins Gesicht gepappt haben. Und da muss man sich wirklich fragen, was war da los? Und das Ganze ohne Einschulung und mit einem hohen Risiko, aber da könnte man einen eigenen Tag über Masken und deren Risiken sprechen. Spannender ist ja, was ist sozusagen beim RKI intern über die Masken gesprochen worden? Absolut. Aber da vielleicht auch noch, vielleicht bezieht sich das genau auf deine Aussage, weil just am 18.01.2021, also genau am Tag der bundesweiten Einführung der FFP2-Maskenpflicht in Deutschland, findet sich der sachlich richtige Hinweis, dass es überhaupt keine fachliche Grundlage zur Empfehlung von solchen FFP2-Masken für die Bevölkerung gibt und deswegen eine Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen hinzuzufügen sei. Ha! Interessant! Ja, sehr interessant und man sieht auch hier zum Beispiel einen Ausschnitt aus dem Protokoll des Covid-19-Krisenstabs, 26.02.2020. Da gibt es das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, kurz ECDC. ECDC empfehlen Sie nicht für gesunde Personen in der Allgemeinbevölkerung. Nächster Punkt, also das ist, was das RKI kommuniziert intern, das wollen wir jetzt immer den Leuten sagen, das ist nicht von uns geschrieben oder von Professoren, die immer für unsere Seite gesprochen haben. RKI bleibt dabei nicht empfohlen in der Öffentlichkeit, im häuslichen Umfeld mit Fall. Ja, auch zum Schutz anderer. Und jetzt haben wir hier die Situation 26.02.2020. Das heißt, es gibt hier im Grunde keine Evidenz dafür, aber für zu Hause, wenn es einen Erkrankungsfall gibt, dann doch, was aber sich auch, wenn man sich näher damit befasst, eben nicht sinnvoll ist, eher für einen Erkrankten auch noch beim Genesungsverlauf störend wirkt. Aber jetzt noch einmal, weil du bist ja Ärztin, du hast ja selber bei Operationen teilgenommen etc. Da haben Maske einen Sinn? Also ein Mund-Nasen-Schutz für einen Chirurgen hat im Grunde den Sinn, dass der Chirurg nicht irgendwie, wenn er sich auch wichtig austauscht, also jetzt nicht ratscht am OP-Tisch, natürlich beim Sprechen passiert es manchmal, dass man spuckt. Das ist im Grunde der Sinn, dass man sagt, eine OP, offene Wunde ist, so rein wie möglich zu halten. Und ganz klar, hier ist ein Mund-Nasen-Schutz, um größere Spucketeilchen von dem Patienten abzuhalten. Jetzt vielleicht allgemein noch gefragt, was bedeutet das jetzt im Nachhinein betrachtet, in Bezug auf mögliche Aufarbeitungen, die ja noch nicht stattfinden, sowohl nicht in Deutschland als auch in Österreich. Wir haben ja etliche Personen oder ich habe etliche Personen kennengelernt, die eine Maske aufgrund des Nicht-Tragens einer Maske eine Strafe bekommen, manche mehr, manche weniger, draußen wohlgemerkt bei irgendwelchen Demonstrationen, weil das Sicherheitsabstand nicht eingehalten worden ist etc. Was würdest du sagen? Sind diese Strafen alle rückzuerstatten? Alle. Alle. Weil es gab ja keine Evidenz dafür. Alle. Ich schreie durch ein Megafon, alle. Ja, also keine fachliche Grundlage zur Empfehlung FFP2-Masken für die Bevölkerung, vorhanden, daher Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen hinzuzufügen. Also da steht im Robert-Koch-Institut, in dem Protokoll des Robert-Koch-Instituts, das kann man auch nachlesen beim Online-Medium-Multipolar, ist alles zur Verfügung, zumindest die nicht geschwärzten Passagen. Was ja auch interessant ist und das vielleicht nur am Rande einmal erwähnt, man findet keine Namen. Es werden die Personen nur als Nummern quasi definiert oder die Arbeitsgruppen als Nummern definiert, also man findet keine Namen. Also man will hier offensichtlich derweil noch die oder denjenigen schützen, wie es aussieht. Genau, also der, das ist ja auch so was, wo der jetzige Gesundheitsminister in Deutschland, der Lauterbach, gesagt hat, ja, sie haben natürlich hier die Schwärzungen gemacht, um die Mitarbeiternamen auch nicht öffentlich zu machen. Nur da haben auch schon einige gesagt, naja bitte, das ist ja kein Telefonbuch, die RKI-Files, ja. Und das sind mitunter nicht nur Mitarbeiternamen, um das noch einmal hervorzuheben. Und deshalb, noch weiß man nicht, wer die Herrschaften dann entsprechend sind oder waren. Und eben zu dieser Masken, und das ist ja das Schöne, dass es so viele Leute gibt, die sich jetzt aus den Sektoren, wie gesagt, Wissenschaft und Journalismus hinter die Files geklemmt haben. Also auch besonderes Danke gilt dem Professor Dr. Hirsch und Dr. Kisielenski, die sich sehr mit diesen Masken-Themen in den RKI-Files beschäftigt haben. Also auch von daher eine sehr gute Quelle, wie die das auch das Protokoll dahingehend durchforstet haben. Was auch ein spannendes Detail am Rande ist, das ist den wenigsten Leuten bewusst, also eine CE-Zertifizierung ist ein Muss für Medizinprodukte. Ja. Und zwischendurch hat es geheißen, diese CE-Zertifizierung muss aufgelockert werden, ja, weil man braucht sozusagen schnell Nachschub und dann darf man es nicht so genau nehmen mit dieser CE-Zertifizierung, ja. Und da zitiere ich jetzt, Problem CE-Zertifizierung, Doppelpunkt. Masken können gegebenenfalls aufgrund mangelnder CE-Kennzeichnung nicht in Verkehr gebracht werden. BAUA bzw. BFARM, das sind eben verantwortliche Stellen, verantwortlich für Zertifizierung. BMG sollte Regelung auflockern, damit diese unter den aktuellen Umständen keine Hürde darstellt, also keine Hürde darstellt, nicht ausreichend geprüfte Masken auf den Markt dann auch zu bringen. Das sind unglaubliche, also wenn man sich jetzt vorstellt, so eine nicht ausreichend und auch Masken haben Produktionsfertigungsstoffe, die, wenn man die nah am Gesicht trägt und einatmet und das können unterschiedliche Stoffe sein, die da verarbeitet sind, das können Mittel sein, die dann auch auf dieses Material aufgetragen wurde, die wirklich gesundheitsschädigend sind und das ist für Kinder, wenn man sich das vorstellt, die das dann in der Schule ohne diese Pausen durchgehend getragen haben, einfach gesundheitsschädigend. Das ist so, ja. Langzeitfolgen auch relevant in diesem Zusammenhang? Natürlich, also ich ganz überzeugt davon, weil es ist ja, wenn man sich vorstellt, Kinder haben hier über längeren Zeitraum, über Jahre jetzt auch in der Schule diese Masken tragen müssen ohne diese Tragepausen. Da ist es sicher auch zu nicht nur akuten Problemen gekommen, sondern einfach diese mangelnde, auch teilweise Aufnahmefähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Chronifizierung schon von Zuständen wie Kopfschmerzen, die haben ja den Kindern eine Lebensqualität geraubt und natürlich jetzt, wenn man es noch auf die Kleinsten, auf die wirklich Nulljährigen, die selber nicht ihre Masken tragen mussten, wobei man hat auch genug Bilder aus der ganzen Welt gesehen, wo ich heute noch heulen konnte, wo in Kindertagesstätten Einjährige Masken aufgezwungen bekommen haben, also da ist das Mutterherz und Ärztinnenherz ist da wirklich in Feuer aufgegangen, wir müssen was dagegen tun. Die Kleinsten der Kleinen haben ja permanent Masken-Gesichter gesehen, was ja auch unglaubliche Auswirkungen hat auf ihre Entwicklung, Mimik, Gestik, Lautbildung etc. Masken. Sind wir soweit durch, glaube ich? Oder gibt es noch einen wesentlichen Bund? So gut wie. Also ich glaube, dass wir hier noch ein paar Punkte haben und zwar das sind, die ich jetzt noch geschwind zitieren möchte. Wie gesagt, man könnte Tage über diese Feinds sprechen. Also lediglich Fremdschutz bietet das Argument, Masken für alle zu empfehlen. Eigenschutz würde dazu führen, dass Menschen das Tragen ablehnen könnten mit dem Argument, dass Gegenüber sich mit einer Maske schützen könnte. Also da sind solche Passagen auch drin, wo man sich eigentlich nur noch an den Kopf greift und ja, also die FFP2-Masken waren von Anfang an, Fazit, als untauglich anerkannt. So viel kann man auf jeden Fall auch jetzt noch einmal zum Besten geben. Und was auch sehr interessant sind, sind die und da kommen wir jetzt schon ein bisschen in Richtung Impfung, sind die Aspekte, wo einfach hier auch, wo ist dieser Aspekt? Genau, das ist auch noch wichtig. Also es gibt keine fachliche Grundlage zur Empfehlung FFP2-Maske für die Bevölkerung vorhanden. Daher Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen hinzuzufügen, hat auch keiner gemacht. Und jetzt kommen wir Masken und Impfung. Also quasi das Duo Infernale. Und das ist jetzt auch nachher Dr. Hirsch auch. Da geht es darum, am 25.11.2020 wird beispielsweise angemerkt, dass die Maskenpflicht auch für Geimpfte beibehalten werden solle, da eine sterile Immunität nach der Impfung gar nicht bewiesen sei. Schreibt das Robert-Koch-Institut. So ist es. Und da sind wir eben vom 25.11.2020, ja, da gibt es einfach eine ganze Latte, die wir jetzt aus Zeitgründen nicht vorlesen, aber die Leute, die RKI-Files sind öffentlich, ja. Und das ist eben 25.11.2020, RKI-Strategie-Fragen, Punkt 6a allgemein. Und da ist jetzt auch sehr interessant, erste Frage wird sein, ob Geimpfte hinsichtlich Quarantänepflichten mit Genesenen gleichgestellt werden können. Längerfristig sollten Maßnahmen aber bei sinkender Inzidenz auch angepasst werden. Und die sollte aus psychologischer Sicht auch kommuniziert werden. Und jetzt kommt es, damit oder dabei sollte auch die Motivation zum Impfen berücksichtigt werden und Lichtblicke, unter Anführungszeichen, mitbedacht werden. Da kann man jetzt nur interpretieren, was sind diese Lichtblicke? Ist das, naja, wenn du geimpft bist, brauchst du keine Maske mehr zu tragen. Vielleicht eine Bratwurst könnte ich auch sein. Oder du könntest deine Bratwurst kriegen on top, ja, obendrauf noch. Also das sind diese Skurrilitäten, wo man einfach nur mal Kopf schütteln kann, denke ich, wenn man das liest mit einem offenen Verstand, ja. Ja, also da merkt man schon auch ein bisschen, das Wording wurde quasi eins zu eins auch in Österreich übernommen, weil ich kann mich an ähnliche Aussagen auch mitunter bei diversen Pressekonferenzen von der GECO-Kommission erinnern, gemeinsam mit der Bundesregierung, wo auch natürlich immer wieder von Lichtblicken gesprochen worden ist oder der bekannte Ausspruch von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, das Licht am Ende des Tunnels etc., in Bezug auch auf die Impfung etc. Also das Wording ist quasi eins zu eins zu übernehmen und man sieht ganz klar die Parallelen zu Österreich, glaube ich. Also das ist eindeutig. Kann man umlegen, ja. Also das ist wirklich mit der Impfung in Bezug, das ist ein Wahnsinn. Vielleicht eines noch ganz kurz, weil ich will das auch jetzt vom 6.11. da noch haben, vom Sitzungsprotokoll, wo es auch darum gegangen ist. In Dänemark wurden ja beispielsweise, nur dass wir das am Rande mal erwähnt haben, weil das hat ja wirklich für einen Skandal auch gesorgt. Da wurden bitte 15 bis 17 Millionen Nerze getötet, ermordet, aufgrund dessen, weil ein paar positiv getestet worden sind. Also so weit sind die Menschen mitunter in dieser Zeit gegangen. Ist ja auch unglaublich, oder? Ich kann mich erinnern, da hat es dann, glaube ich, von offizieller Stelle eine Entschuldigung gegeben, dass da Millionen Tiere umgebracht wurden. Und es ist einfach das ganze Leid, das hier den Menschen, der Menschheit weltweit angetan wurde, ist das eine. Das andere zusätzlich noch solche, das kann man nicht als Kollateralschaden bezeichnen, das ist einfach unnötiges Töten von Lebewesen zusätzlich, ja. Auch China, noch im Rande erwähnt, wurden auch Haustiere getötet, etc. Genau, auch so freilaufende Hunde wurden zusammengefischt und sind dann einfach in die Tötungsstationen gekommen, ja. Vielleicht auch in diesem Zusammenhang, das RKI hat sich ja auch dementsprechend den Kopf damit zerbrochen, dass es in anderen Ländern trotz, oder aufgrund von gar keinen Maßnahmen, etc. großartig weniger Fälle gab. Afrika ist da so ein Beispiel. Was sagt uns das? Ja, also das eine ist einmal, dass das Robert-Koch-Institut, das ist dann eher auch in Bezug auf Lockdowns gesprochen worden. Da haben sie eben auch Vergleiche gezogen mit anderen Ländern, aber man muss da ganz klipp und klar sagen, und das ist ein wichtiger Punkt, also am 16.12.2020 war das, ja. Da war eben, Lockdown hat schwerere Konsequenzen als Covid, ja. Also mitunter psychosozial oder wirtschaftliche Schäden verursacht. Und das eine ist einfach, durch die Lockdowns war es durchaus so, dass ja auch in Europa dann Menschen, wenn man es jetzt auf den Medizinsektor bezieht, jetzt gar nicht auf schlimm genug Schulschließungen und all das und wie die Kinder dann auch in der Bildung und Ausbildung zurückgeblieben sind. Aber diese medizinische Versorgung, die es normalerweise gibt, Krebsfrüherkennung dergleichen, Operationen wurden verschoben und für ein Individuum-Mensch ist auch eine, vielleicht eine Brustverkleinerungsoperation, wo eine Patientin seit zwei Jahren auf den Termin gewartet hat, die hat chronische Rückenschmerzen, ist eine Operation, die dieser Dame das Leben erleichtert hätte. Da spreche ich, weil ich jahrelang auf einer plastischen Chirurgie auch als Stationsärztin gearbeitet habe. Und das sind auch OPs, die hier nicht gemacht wurden. Aber wirklich wichtig, Krebsfrüherkennungsuntersuchungen sind teilweise eben nicht durchgeführt worden und in Afrika war es zum Beispiel, dass wichtige Tuberkulose-Behandlungen eben auch nicht gemacht wurden in dieser Zeit. Und wenn man sich jetzt da auf den 16.12. bezieht, da ist es so, dass man indirekte negative Effekte des Lockdowns durch Lücken bei der Behandlung von Tuberkulose, Aussetzung von Routineimpfprogrammen, steigende Kindersterblichkeit zu erwarten, Konsequenzen des Lockdowns haben zum Teil schwerere Konsequenzen als Covid selbst. Und das sind Dinge, die intern kommuniziert wurden und das hat man alles in Kauf genommen für evidenzbefreite, gefährliche, am Ende kann man es so nennen, Lockdowns auch, 16.12.2020. Und weil wir vorher von der Impfung gesprochen haben, ich glaube, das ist auch noch wirklich wichtig, dass man hier einfach ganz klar kommuniziert, es war immer bekannt, dass es maximal zu einer Reduzierung der Krankheitssymptome kommt und dass es aber nicht zu einer Verhinderung der Übertragung kommt. Also dass diese sogenannte Impfung keine sterile Immunität bietet. Zu Beginn wurde uns das aber immer vermittelt. Natürlich und das wurde auch von Politikern weltweit vermittelt. Also eine Lüge. Eine Fake News. Glatte Lüge, wenn es geheißen hat, aus Solidarität impfen gehen. Weil man sich ja eigentlich nur für einen leichteren Verlauf impfen geht und wenn man dann wiederum hört, naja damit die Intensivplätze frei bleiben, das ist ein völlig eigenes Kapitel und da kann man auch noch einmal drüber reden, da gibt es, hätte es gegeben, ja und da kämpfen viele Mediziner und auch ich habe dafür gekämpft, frühzeitige Behandlungstherapiemöglichkeiten und die wurden mitunter, und das ist auch etwas, was glaube ich noch viel mehr in den nächsten Jahren kommuniziert werden wird, einfach nicht offiziell als Covid-19-Therapeutiker anerkannt, weil man weiß, wenn es eine anerkannte, funktionierende, vielleicht auch günstige Covid-19-Therapie gegeben hätte, dann hätte es keine bedingte Zulassung für die Covid-19 sogenannten Impfungen gegeben, in Amerika heißt das Emergency Use Authorization, EUA Notfallzulassung durch die FDA. In Europa war es die EMA und die hätte es nicht gegeben, wenn man gesagt hätte und ich sage es jetzt zum Beispiel das Mittel mit seinen antiviralen Eigenschaften, Ivermectin, früh bei Symptombeginn genommen, hätte schwere Verläufe auch verhindert, das hätte zugelassen werden sollen, da verdient aber keiner was dran, weil das sind die Patente abgelaufen, das ist ein günstiges Mittel und da sind ganz gezielt auch Therapien, und das wird noch eine Bombe werden in den nächsten Jahren, sind hintangehalten worden und dadurch, dass das verweigert wurde, kranken Menschen diese Mitteln, sind die meiner Meinung nach auch zum Teil dadurch sterben gelassen worden. Und wenn man frühzeitig Menschen behandelt hätte, hätte man auch nicht diese Argumentation, naja, aber weniger schwere Verläufe machen ja dann wieder die Intensivstationensplätze frei. Blödsinn. Und das nächste ist, wir wissen, dass durch viele Studien, Professor Sönigsen hat da in vielen Vorträgen darauf hingewiesen, mittlerweile je öfters geimpft, desto öfters Covid. Ja, wir haben kein Gesundheitssystem, es ist ein Krankensystem, nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, die Covid-19-Pandemie, historisch niedrige Bettenauslastung, Ärzteplatz 2021. Also das, was uns immer suggeriert wurde, ja, wir erleben Triagen, da muss man dann entscheiden, wer behandelt wird, etc. Ja, das gab es alles nicht. Das waren auch nur mediale Angstmache, weil man hat dann immer Menschen oder Ärzte oder Krankenschwestern hergezeigt, im Ganzkörperkostüm, wenn ich das einmal so salopp sagen darf. Und da wurde immer, wir sind kurz vor einer Triage. Es gab nie kurz eine, wir standen nie kurz vor einer Triage. In einzelnen Standorten, aber auch da hätte man sich einfach in entwickelten Ländern wie Österreich eben auch mit Verlegungen in Notfallsituationen dann entsprechend behelfen können. Gewisse Krankenhäuser wurden ja gar nicht aufgenommen da in diesem Bereich, muss man auch dazu sagen. Und es gab ja auch Krankenausschließungen, das muss man ja auch dazu sagen in dieser Zeit. Reduktion von Betten vor allem und da möchte ich auf den Tom Lausen verweisen, der ja auch hier in mehreren Büchern und das zuletzt erschienene heißt amtlich, ja, hier ganz klar eben auch die Zahlen darlegt und das auch eben nicht nur vom Robert-Koch-Institut, eben Paul-Ehrlich-Institut hat er auch unter die Lupe genommen, wo man einfach sagt, das waren die offiziellen Zahlen und das hat gar nicht zusammengepasst mit dem, was uns kommuniziert wurde von Seiten der Politiker. Und da muss man jetzt auch noch einmal dazu sagen, weil all das, was wir jetzt zuvor gesagt haben, auch mit der Impfung etc. Wir haben ja in der Vergangenheit und auch andere alternative Medien haben darüber berichtet. Wir bekamen dafür primär in den sozialen Medien natürlich regelmäßig Sperren und Strikes und wir wurden halt von der Reichweite her dementsprechend dezimiert, weil irgendwelche Faktenchecker gesagt haben, nein, das ist nicht so und hin und her und bla bla bla. Was sagt uns das eigentlich über diese Faktenchecker? Und die Frage ist ja immer, das Robert-Koch-Institut hat ja eigentlich richtig geschrieben oder richtig gehandelt. Also da auch noch einmal meine Frage an dich möglicherweise, ich meine bei ein paar Punkten natürlich, da sind wir wahrscheinlich eher anderer Meinung, aber das Robert-Koch-Institut hat ja eigentlich die Pandemie als Pandemie gar nicht erkannt. Also sagen wir einmal so, das Robert-Koch-Institut hat sicher Menschen drinnen, die auch hohen moralischen Anstand haben und mitunter gerne etwas gesagt hätten. Wir wissen ja auch nicht, wie viele Menschen hier jetzt den Beruf dann verlassen haben, weil sie gesagt haben, da kann ich nicht mehr mitmachen. An die ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön. Aber es geht darum, man muss sich das so vorstellen, das ist vertraglich geregelt bei den Leuten, dass es da eben eine Weisungsgebundenheit gibt. Also da gibt es nicht, ich bin im Robert-Koch-Institut und jetzt mache ich ein Interview mit Multipolar-Magazin und sage aber, was wir in echt reden. Ja, sondern das ist da anscheinend in diesem Setting nicht möglich, aber da will ich auch niemanden, überhaupt nicht irgendjemanden in Schutz nehmen. Nur das Robert-Koch-Institut hat sich ja auch mit einer sehr schwindeligen, das ist ein sehr gutes Beispiel, das der Herr Dr. Homburg auch gebracht hat. Die wollten sich ein bisschen so mit einer Rechtfertigung zwischendurch, mit einer Stellungnahme jetzt zuletzt hier herausreden. Und sie haben dann gesagt, naja, in der Kalenderwoche 11 2020 auf 12 2020, da hat sich sozusagen, da sind so viele Fälle dazugekommen. Das ist deshalb bedingt, weil sich die Testzahlen ver-x-facht haben und die Quote der positiv Getesteten ist aber von 5, irgendwas auf 6, irgendwas hinaufgegangen. Also definitiv keine Rechtfertigung für eine Hochskalierung. Und dann hat es auch noch geheißen, naja, die WHO hat ja die Pandemie ausgerufen. Wir wissen auch, dass die im Juli eine Pandemie der höchsten Stufe, nämlich Juli 22, die Affenbocken ausgerufen haben. Keiner hat darüber berichtet, keinen hat es interessiert. Und da sind wir einfach an einem Punkt, die haben sich damit versucht, mit Stellungnahmen ein bisschen so da zu rechtfertigen, die lächerlich sind, das muss man auch sagen. Und wenn ich darf, würde ich gerne noch zwei Zitate vorlesen. Das ist zum Beispiel vom 05.03.2021, da geht es noch einmal Thema auch Impfung. Frage, gilt die bisherige Haltung des RKI keine Ausnahmen für Geimpfte und Genesene zu machen weiter? Hinweis, FG 36, also Fachgruppe nehme ich an, ist hier die Abkürzung, 36 hat einen Prüfauftrag zu dieser Frage in Bearbeitung. Da geht es noch weiter. Hohe Dunkelziffer. Es ist fachlich nicht begründbar und nicht sinnvoll ein Opportunity Sample, in Klammer, die Getesteten, die eine Infektion nachweisen können, Klammer, mit Privilegien denen gegenüber, die es nicht oder nicht mehr, Klammer, abhängig vom Antikörpertest und Zeitspanne, Spanne, die vergangen ist, Klammer, nachweisen können. Das Impfzertifikat soll die Erfassung von Impfwirkung, Spätfolgen etc. ermöglichen, nicht Grundlage für Kategorien und Vorrechte sein. Also das ist wirklich so das andere auch, aber das ist die Oberbombe. Also das Impfzertifikat soll nicht Grundlage für Kategorien und Vorrechte sein. Wir erinnern uns an die Zeit des Lockdowns für Ungeimpfte, den wir bei uns Alpenzwergen hatten. WHO befürwortet die Zertifikate nicht. Lack of data, keine Fälschungssicherheit, ethische Gründe, Klammer, Diskriminierung. Also ich sage deshalb Alpenzwerge, weil ich sehe das so ein bisschen in der Regierung, die wir hier haben. Also die leben irgendwo hinter den Bergen bei den Zwergen, denkt man sich, wenn sie uns da in den Lockdown für Ungeimpfte getrieben haben. Frage, soll sich das RKI trotz Ablehnung der Zertifikate in die Diskussion zur Definition Genesener einbringen? Das sind lauter solche Aspekte, wo die so schon sagen, naja, man darf das dann ja nicht hernehmen, um zu diskriminieren. Und in den Medien hat es geheißen, 2G, 3G, irgendwelche Schauspieler haben Ungeimpfte mit Schimpfwörtern beleidigt, hat man auch immer wieder gesehen. Oder irgendwelche Politiker haben gesagt, also so Ungeimpfte, die gehören also entsprechend auch gegängelt. Ich habe auch gehört, in einer Talkshow, in einer deutschen hat eine Dame gesagt, die gehören geprügelt. Ein Talkgast, also das ist wirklich unfassbar. Das ist unglaublich, was da gesagt worden ist. Und weil du die mainstreammedien, da ist auch nochmal, also auch diese täglichen Kommentare, vor allem in der Tagesschau, die waren ja bitte unterirdisch. Also man hat richtig gemerkt, oder zum Teil hat man den Eindruck gehabt, die Moderatorinnen und Moderatoren waren noch härter oder wollten noch härtere Maßnahmen mit ihren privaten Kommentaren der Politik quasi herauslocken, als die Politik quasi gefordert hat. Und zum Teil ist das ja auch gelungen. Also mitunter haben ja dann die Politiker aufgrund dieses Drucks der diversen mainstreammedien dann reagiert und dann quasi wirklich härtere Maßnahmen dann umgesetzt. Was wir wissen, im Nachhinein betrachtet, durch diese freigeklagten AKI-Files vollkommen nutzlos war. Völliger, völliger Wahnsinn. Und man muss auch eines wissen, der Altersmedian der Verstorbenen an Covid-19-Infektionen war ja 82 Jahre. Und das war denen auch bewusst, dass das Hauptrisiko an Covid-19 zu sterben ist das Alter. Und das ist 19.03.2021. Und zum Schluss möchte ich noch die Oberbombe bringen, weil es ja immer so war, wenn man gesagt hat, naja, es hat auch Jahre wie 2018, das ist vielen vielleicht noch in Erinnerung, starke Grippewelle gegeben. Und das RKI schreibt in seinem Protokoll, Covid-19 sollte nicht mit Influenza verglichen werden. Und jetzt kommt aber der Knüller. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute, jedoch ist Covid-19 aus anderen Gründen bedenklicher. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, zuerst weiß man, der Altersmedian von den an Covid-19-Versterbenden ist sehr hoch, 82. Und dann heißt es aber nicht, soll nicht verglichen werden, sondern da sterben sogar mehr bei Influenza-Wellen, bei herkömmlichen. Und da sind wir natürlich bei einer noch Alpha-Variante gewesen. Und wir wissen, falls es jetzt Kritiker hören, es hat dann im Herbst und Winter diese berühmte Delta-Variante gegeben, wo es auch andere Symptome gab. Von Alpha hat es sich dann einmal eine Zeit lang eben so dargestellt, dass es Alpha mit Alpha eine ganz niedrige Reinfektionsrate gegeben hat, unter 1%. Dann wird eine höhere Infektionsrate mit der neuen Variante. So ist das auch dann kommuniziert worden. Aber dass man sich jetzt einfach vorstellt, ja, Covid-19 hat ein anderes Symptomprofil auch gezeigt als die Influenza. Aber für Influenza-Wellen, für Schwere in den letzten Jahren, hat es solche Maßnahmen auch nie gegeben. Aber wie erklärst du den Kritikern dann, die dann sagen, ja, aber es gab ja so und so viele Corona-Toten. Und jüngst hat ja auch auf Twitter jetzt Ex der ehemalige Gesundheitsminister Rudi Anschober geschrieben, wir müssen uns an Bergamo erinnern, wo ja diese italienischen Militärtransporter da anscheinend Kilometer lang waren, wo ja Leichen drin waren, was ja so nicht stimmt. Das war eine Lüge. Also da muss ich sofort reinschneiden. Es ist super, dass du das noch ansprichst, Nico Weil. Diese Bergamo-LKWs, muss man jetzt einmal ganz klar sagen, das ist die LKWs, die in Bergamo wirklich Särge, ich muss jetzt aber sagen Sarg von Covid-19-Verstorbenen drin hatten, die gab es, aber es war ein Sarg pro LKW. Das ist nachgewiesen. Dann hat es zwischendurch LKW-Bilder gegeben, die von einem fairen Unglück waren. Flüchtlinge? Das waren Archivbilder. Das war ein Unglück irgendwo. Und da gab es noch Flüchtlinge, die wurden dann auch hergenommen. Ja, und dann ist eben der Aspekt, diese, die wirklich zu Covid-Zeiten gefahren sind, hatten einen Sarg pro LKW. Sehr effizient. Genau. Und dann muss man sagen, dass es hier, also viele Gründe gibt noch in Norditalien. Da hat es auch, wenn man sich auskennt mit Medizin und auch, wir haben teilweise Kollegen aus Italien in den Kliniken in Österreich. Also gerade in Norditalien ist erstens einmal der Altersschnitt recht hoch. Es sind hohe Umweltfaktoren, wie ganz grobe Luftverschmutzung ist dort auch gegeben in diesen Industrieballungsräumen und auch Atemwegserkrankungen sowieso ein Thema. Also da gibt es ja auch schon chronische Lungenvorerkrankungen. Und was die wenigsten wissen, das ist, glaube ich, ein Thema, das man auch einmal ansprechen soll, das hat nämlich mir ein Kollege aus Norditalien persönlich erzählt, die wenigsten Leute wissen, dass in diesen vielen Konzernen, da sind auch sehr viele Modekonzerne angesiedelt, auch teilweise chinesische, fast schon unter Schwerst- und Sklavenarbeiterbedingungen, da Leute billigst Arbeitskräfte kommen, die sind nirgendwo registriert, nirgendwo gemeldet, die kommen auch, die haben keine Chance im Gesundheitssystem und die, und jetzt kommt nämlich ein Aspekt, den finde ich sehr interessant, hat der Kollege eingebracht, das bitte jetzt unsere persönliche Überlegung, aber die eben zum Teil in kleinen Wohnungen zu dreißigst wohnen, das ist ein Aspekt, und die zum chinesischen Neujahrfeiern Ende Februar 2020 auch noch nach Hause gedüst sind und dann wieder aufgetaucht sind. Und das sind solche Aspekte, wo man sich vorstellen muss, das wird auch viel zu wenig diskutiert, dass man sich das einmal anschaut. Ja, es passt ja nicht zum Narrativ. Und das brauchen nur ein paar aus der Sippe dann nach Hause fliegen, die die irgendwo registriert sind mit Bass und so weiter und wieder zurückkommen und das passt nicht zum Narrativ. Und wir wissen auch einfach, das Gesundheitssystem ist schon sehr schlecht in Italien gewesen davor. Also da war es vorher schon in einer schweren Erkrankungswelle oder bei einem schweren Busunglück oder so, haben die aus dem letzten Loch schon längst gepfiffen, die norditalienischen Krankenhäuser zum Teil. Und das wissen wir von Kollegen von dort. Ja, aber nichtsdestotrotz, der ehemalige Gesundheitsminister Rudi Anschober hat trotzdem diese Fake News quasi wieder hervorgebracht. Also wer das jetzt noch bringt, der ist nicht zu retten und dem ist nicht zu helfen. Also wir müssen sagen, da haben wir auch die Schmähs schon laufen gehabt, nur noch drei Gesundheitsminister und dann ist wieder Weihnachten ungefähr so. Man darf ja auch nicht vergessen den Herrn Dr. Mückstein, der geglaubt hat, dass die Impfung im Muskel bleibt und nicht ins Blut geht. Das hat er kurz bevor er Gesundheitsminister wurde in einem Talk im Fernsehen gesagt. Und ja, und auch der jetzige, der agiert, finde ich, einfach ein bisschen nach außen hin schlauer. Aber bis heute stehen in den Mutter-Kind-Pässen die Empfehlungen, dass man ab fünfjährigen Covid-19 Spike-Stoffe verabreichen soll. Und es steht auch damit, die, die sich vielleicht Sorgen machen, ob das nicht eh auch noch zu bezahlen ist, drinnen. Und ab sechs Monaten ist die Covid-19-Injektion, die Impfung, wie Sie sie nennen, kostenfrei verfügbar. Das heißt, das ist bis heute so in den Mutter-Kind-Pässen in Österreich abgedruckt und immer noch, Achtung, Empfehlung. Absolut, ja. Es ist eine absolute Katastrophe in diesem Zusammenhang. Auch Schwangere, auch Schwangeren wird nach wie vor empfohlen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Richtig. Liebe Marie, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit, beziehungsweise sind wir schon am Ende unserer Zeit, wenn ich das genau sehe. Zusammengefasst kann man noch einmal sagen, Covid-19 ist nicht gefährlich als Grippe, Risikoerhöhung auf Pandemie, auf Zuruf eines einzelnen externen Akteurs offensichtlich. Keine Evidenz für Maskenpflicht, nicht einmal für FFP2. Aerosole spielten keine Rolle oder spielen keine signifikante Rolle, etc., etc., etc. Ich bin davon überzeugt und besser gesagt, ich hoffe, dass die noch geschwärzten Stellen bald entschwärzt werden. Ich bin auch davon überzeugt, dass es ein Folgegespräch, einen Folgetalk mit dir braucht, diesbezüglich. Und es sind auch einige Punkte noch dabei, die wir heute noch nicht ansprechen konnten, aber ich hoffe, in absehbarer Zeit ansprechen könnten, je nachdem, wie es sich bei dir auch ausgeht. Aber ein absoluter Knüller, die ganze Geschichte, eine Bombe, die geplatzt ist. Was glaubst du jetzt am Ende des Tages, am Ende des Talks quasi, was wird das jetzt für einen Auslöser haben in Deutschland? Bis dato ist dir nichts passiert. Ja, also ich glaube einmal, dass es wieder die Stimmen gibt und das sind die, die in die Falle gedappt sind jetzt die letzten Jahre. Das sind teilweise auch Journalisten, die das Ganze herunterspielen, die das jetzt ganz besänftigen wollen und sagen, naja, da soll kein Politikum draus gemacht werden. Dann gibt es wiederum die, die sagen, meine Güte, jetzt darf man aber nicht die Wissenschaft an sich hier anklagen. Die haben ja eh gut gehandelt in dieser sogenannten Pandemiezeit. Und dann gibt es aber die, die sagen, oi, jetzt haben wir das erkannt. Ja, jetzt müssen wir wachsam bleiben. Wir wissen, es sind zwei Vertragsentwürfe unterwegs bei der Weltgesundheitsversammlung. Der WHO werden über diese Ende Mai dann abgestimmt werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine WHO, die das alles befeuert hat, auch noch mit einem Generaldirektor, mit einem Fingerschnipp eine Pandemie dann ausrufen kann und es wieder zu ähnlichen Maßnahmen kommen könnte, da muss man ganz klipp und klar sagen, die Leute, die jetzt munter werden, die vielleicht zwei Injektionen, Impfungen, sogenannte Covid-19-Impfungen bekommen haben, die mögen bitte jetzt wachsam sein und immer weiter aufwachen und auch andere Menschen aufwecken. Ja, weil es muss hier ganz klar gezeigt werden, es ist ein Mega-Vertrauensverlust in die Politik geschehen, in wirklich auch Institute, wo man glaubt, die werden ja wohl die Menschen bestmöglich beraten in Gesundheitsfragen. Und wenn man dann weiß, nur aufgrund des Wortes in irgendeinem Arbeitsvertrag weisungsgebunden, nehmen die alle ihre moralischen Anstände zurück und machen, was ihnen aufertragen wird, wofür, für wen. Und das ist, finde ich, etwas, wo man sagt, die Konsequenz wird sein, dass die Menschen jetzt mehr und mehr aufwachen werden. Da bin ich überzeugt und dass wir hier noch ganz viel mehr Aufklärungsarbeit und auch Corona-Ausschüsse in allen Ländern brauchen. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und wie gesagt, es wird sicher nicht der letzte Talk zu diesem Thema gewesen sein. Und ja, liebe Zuseher, so ehrlich muss ich sein, auch an die Kritiker, das C-Thema wird uns noch lange beschäftigen. Davon bin ich auch überzeugt. Maria, aber für heute sage ich danke für deine Einschätzungen und dass du mit uns quasi diese Zusammenfassung der AKI-Files so durchgegangen bist und ich glaube für viele auch dementsprechend verständlich erklärt hast. Dankeschön. Ja, und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Wir sprechen Klartext. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Wir sprechen! Vielen Dank.